hi leute desano hier und willkommen zu einem neuen video zu star wars outlaws ihr könnt besonders am anfang könnt ihr sehr viel kram finden der euch richtig richtig mächtig macht schon direkt am anfang und ein paar sachen davon sind geknüpft an eure experten die experten freizuschalten das ganze läuft eigentlich ganz dynamisch ab ihr könnt sie eigentlich nicht verfehlen ihr solltet auf jeden fall ausschau halten wenn ihr in einer kantina seite oder so und einfach den gesprächen lauscht oder mit jedem sprech den ihr seht dadurch bekommt ihr die quests um die experten freizuschalten müsst dann entsprechende quests für die experten machen und könnt dann so je nachdem gewisse sachen upgraden besonders wichtig besonders am anfang werdet ihr schnell drauf kommen die mechanikerin und die hackerin wenn ihr ein bisschen in der story drin seid werdet ihr die beiden quests ganz schnell bekommen die solltet ihr auch definitiv machen weil ihr seid mit dem speeder sehr oft unterwegs und da die upgrades sind absolut sinnvoll und ihr braucht doch einige um bestimmte bereiche freizuschalten und dort hinzukommen und das geht ohne manche upgrades nicht gleiches gilt zwar bezüglich der hackerin weil die wird euer hacking tool updaten und das solltet ihr auch vorher machen und dann zeige ich euch jetzt drei sachen die ihr machen könnt wo ihr definitiv ja schön was upgraden könnt das erste den charm den den ihr bekommen könnt ihr habt ihr hier bei der ausrüstung habt ihr hier die talismane da kriegt ihr auch mehrere plätze und hier zum beispiel den wachsamen emberin erhöht die gesundheit von euch den zeige ich euch gleich wo ihr den findet und das upgrade für die rauchgranate und danach in dem clip seht ihr wie ihr das pouch upgrade macht quasi dass ihr einfach mehr tragen könnt eine größere tasche habt was auch ganz wichtig ist und zum schluss bekommt ihr noch kleinen kleinen clip gezeigt wie ihr das upgrade für euer hacking tool bekommt weil ihr werdet immer wieder auf sachen treffen die ihr einfach nicht hacken könnt wenn ihr das tool nicht habt und nicht geupgradet habt und da findet ihr die drei sachen ich wünsche euch viel spaß damit ich sage vielen lieben dank fürs zuschauen leute lasst mir gerne abo like da schaut gerne auf twitch und bei unserem disco vorbei und wir sehen uns im nächsten video macht's gut bei hey there pal Oh, I wonder where that leads Uh, these winds are pretty strong Watch out, miss Easy now Oh, all right, where was I? Watch out, Nyx You gotta come Nyx, watch the wind Don't wanna get swept away I guess we're going down Where are we? No! No! Maybe we're back in the middle of the night Was ist das? 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 Was ist das?